Jetzt weiß ich, woher du das hast. Ja, das habe ich vom Papa gelernt. Kompliment, Verehrung, ja für Belehrung bist du begabt. Es hat auch kein Verehrung, so einen Lehrer, wie ich gehabt. Wenn man dich fragt, woher haben sie das, dieses Gewisse, na sie wissen schon was. Dann sage ich, meinen sie das, das habe ich vom Papa gelernt. Denn keiner kann das wie Papa. Das hast du von Papa gelernt. Denn keiner kann das so, denn keiner kann das wie Papa. Wie mein Papa.